Der Umbau der Hochtaunus-Kliniken ist bald abgeschlossen. Hier werden optimale Bedingungen für Spitzenmedizin geschaffen. Das Krankenhaus wurde über die Jahre modernisiert, vor allem in den Bereichen Medizin, Wissenschaft und Technik. Das nahm sich der Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe zum Anlass, dem Neubau einen Besuch abzustatten. Wenn Sie sich an der modernsten Neubauten hier eines Krankenhauses ansehen und dann an die über 100-Jährige, im Fall des zweiten Startups über 150-Jährige, Geschichte erinnern, zurückerinnern, wie Anfänge waren aus Chroniken oder anderem mehr, was Ihnen vor Augen führt, unter welchen Bedingungen Heilbehandlung, medizinische Behandlung hier begonnen hat und was heute möglich ist, dann ist dies eine eindrucksvolle Entwicklung in unserem Land und unsere Aufgabe wird es sein, das zu sichern. Diese Wandlung nahm der Bundesgesundheitsminister heute genau unter die Lupe. Ob im OP-Saal oder in der Gastroenterologie, Hermann Gröhe war beeindruckt. In Zukunft sollen die Krankenhäuser weiter gestärkt und modernisiert werden.